Hey zusammen, willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Smash. Heute gegen den... Alter, ich hab'n Dia-Schwert. Gegen den Dario. Nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Ich werd' dich jetzt so wegficken, Mann. Ich werd' dich... Wer grad nicht weiß, was das hier ist und wie das funktioniert, guckt euch den letzten Part an. Dort wird alles erklärt. Wie hast du das gemacht? Was? Du bist ja ein Magier. Ja, du... Ja, sauber, sauber. Boah, hier gibt's richtig wenig Stellen, wo man sich retten kann. Ah, ja. Ja, klar. Nein! Oh, das wollte ich haben. Ich hab'n extra geportet. Oh, Bogen. Mach das. Das ist ein Jetpack. Ah, ja. Wo ich mich schon achtmal gerettet hab. LOL! Flieg doch, flieg doch, du Hulensohn. Och, geil. Boah, wenn du mich jetzt nochmal runtergeschubst hättest. Tschüss. Diese Schieß. LOL, zweimal getroffen. Nein, fuck, hab nix mehr. Oh, geil. Hey, warum nutzt der das denn nicht? Achso. What the fuck? Er nutzt's wohl. Das, das sieht nur so aus, als wenn's... Hä, wo bist du? Wo bist du denn hingeflogen? Durch den TNT? Durch das TNT. Der TF. Maa. Ja, sicher. Heck doch nicht. Ich hab die in der Luft getroffen, nice. Boah, war das knapp. Bei dir gerade. Ja. Fuck. Ich hoffe nix mehr, nö. Jetzt komm schon. Alter. Hab mich nicht getroffen. Oh, shit. Mal, renn doch mal. Ich hab voll den Rennpark die ganze Zeit. Ja, ich auch. Horn, Apple. Ich komm gar nicht mehr. Ja. Hanna, Angel. Ja. Alter. Ja. Wie weit fliegt? Boah. Alter, das war so knapp. Das war so knapp. What the fuck? Ich hab die voll weggeangelt. Was? Ja, ja. Die zieht einen quasi zu dir hin dann. Nur halt weiter weg wieder. Alter. Richtig übertreiben, wie ich fliege. Ist das krass? Boah, geh mal weg. Wo bin ich? Boah, boah. Bist du weit weggeflogen? Nice. Komm schon. Du hast es überlebt. Wie hast du das Ding gemacht? Headpack. Ah, okay. Jetzt bist du tot. Bist du ganz dezent weit geflogen. Ich hab schon gesehen. Ein bisschen weit. Ich fände es auch cool, wenn man einen in der Luft schlagen könnte. Kann man noch, oder nicht? Bei mir geht es irgendwie nie. Oder ich treffe nie. Ja, stimmt. Nee, bei mir geht es eigentlich auch nie. Mit dem Bogen habe ich dich aber schon in der Luft getroffen. Alter, hast du ein Diaschwert? Nee. Das sah jetzt irgendwie wie ein Diaschwert aus für mich. So sah das aus für mich. Ich fick dich. No, ihr habt dich nochmal reingeschlagen. Oh, du hast eine Singularitätsbombe geworfen. Hör, wann bin ich schon tot? Weil du in der Lava warst. Oh, ja, aber... Oh, ja. Ja, gut. Ich kann fliegen. So, wir hängen doch eine Runde dran. Ich wollte den nicht gewinnen. Oder vielleicht sogar zwei. Wer weiß. Okay, wir befinden uns jetzt auf der Map Garden. Oh. Wir sind nicht alleine. Da ist, glaube ich, noch einer. Und zwar der Tvalex. Tvalex. Das ist der Alexi Bixi. Nee, weiß er nicht. Um Verwirrung vorzubeugen. Ha, ja, ja. Da ist eine Enderperle. Jetzt kannst du ihn nicht mehr töten. Marvin Kreis. Oh. Vielleicht will ich dich ja gar nicht töten. Hast du mal daran gedacht? Nein, er ist wirklich lieblich. Alter, der hat 60 Schaden an mir gemacht. 143. WTF. Hat er mich... Lass den erstmal töten. Der ist mir für zu gefährlich. Mann, Mann. Ich will noch nicht gehen. Ja, klar. Gut, dass ich noch eine Enderperle hatte. Du Hurensohn. Ja, das kriegst du wieder. Ja, das werde ich auch mal sehen. Oh, noch eine Enderperle. Nice. Jetzt krieg ich es echt wieder. Wie weit du mal fliegst, Alter. Ja, klar. Hast du mal meine Prozente gesehen? 199. Aber nur eine Bombe. Keine Singularität, Scheiße. Alter, hast du Glück. Du musst jetzt gleich so viel Prozente haben. Das ist unglaublich. Ja, sauber. Das war meine Bombe. Ich hab dich damit voll erwischt. Wie viele Prozente du hast, Alter. 246 nur. Was los? Jetzt komm her, Mann. Nee. Oh, shit. Hier ist nix. What the fuck. Der hat mich richtig weit geworfen. Oh, geil. Oh, ich hab grad richtig schönet. Ist das der fette Bogen oder ist das der Behinderte? Nein. Nein. Oh, das war der Schlechte. Bin ich weggeklatscht worden, ey. Ja, lass uns den mal töten. Der hat noch alle Leben. Ja, ja. Hahnbrot, ja. Was macht ne gelbe Blume? Keine Ahnung. Ne gelbe kenn ich nicht. Ja. Boah, überleg mal, man könnte mehrere Items sammeln. Wie krass das wär. Ja. Wär, glaub ich, schon ein bisschen zu krass. Dann würde jeder nur noch sammeln. Geüft den, geüft den. Ja, Mann. Oh, nee. Nein. Oh, hi. Hi. Komm jetzt. Komm mit mir ins Abenteuerland. Hä? Wie ist der elf? Du saßt auf dem. Ich war grad in die... Ja, das hatte ich irgendwie schon mal. Das kenn ich. Was du auf Menschen sitzt, da stehst du schon drauf. Oh, ja, ja. Hä? Boah, ist der weit weg geflogen. Krass. So, endlich mal. Ist der immer noch nicht tot? Doch, doch, doch. Dauert ein bisschen. Oh, Pökeball, Flieg und Sieg. Ach, du Scheiße. Da brennt er. Da brennt er, der Hurensohn. Samma. Komm jetzt. Nein. Wo bist du? Oh, shit. Ich bin tot. Damit hab ich dich getötet? Ja. Mit so einem läppischen Schlag, ey. Boah, Alter, wie das leckt. Die Explosion. Boah, was war denn das für eine... Nein, er hat ein Eisenschwert. Aber nicht mehr lange, er ist tot. Ja, und ich hab dich auch getötet. Nein. Nein, was? Was? Ich hab ein, äh, Jetpack. Jetpack, Rucksack, Rucksack. Jetpack. Oh, wie unfair. Jetpack war ja nicht Backpack, ne? Ja. Ja, Jetpack heißt Rucksack. Genau das. So läuft das hier heutzutage. Wo seid ihr, Hurenböhne? Ich weiß nicht, wo ich bin. Weil ich immer noch diesen Speed-Bonus hab. Speed-Bonus? Bonus. Alter, lass uns mal auf den gehen. Das geht doch gar nicht klar. Ich hasse den so. Ich hab nur noch ein Leben. Du hast nur noch ein Leben. Ne, der hat nur noch ein Leben. Ja, echt mal. Ich nicht. Ich bin der Pro. Was denkst du denn von mir, Alter? Genau, geh auf mich. Ja, klar. Auf wen denn sonst, he? Auf wen denn sonst? Auf Gronkh und Serratzer. Soll ich... Soll ich auf die gehen? Ha! Nee, nee, nein, nein! Nein! Verwarmet ihr runter, ne? Ich hab nur noch ein Leben. Ich nehm auf, auf! Ja, genau. Aufnehmer-Bonus. Ja, klar. Wann gibt's denn so'n Scheiß? Alter, wir sollten hier raus. Dann ist er voll dat Loch. Voll dat Loch. Ach, was macht der denn? Wo denn ein Schwort? Wir schubsen den auch die ganze Zeit wieder hier rein. Ja, komm, lass den mal wegmobben. Hä? Was war das denn? Ich glaub, ich sah es wieder auf ihn. Wo ist der? Ist er tot? Keine Ahnung. Ich glaube nicht, nee. Ich such ihn. Okay. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich geh nur noch auf eine Reise. Alter, wo ist der hin? Hä? Lass ihn mal suchen. Ah, da oben. Ganz oben ist er. Boah, der Hul ist so. Was ist da denn? Was ist da denn? Ist das ein Feigling? Hä? Ich bin runtergekickt. Ach, da ist er. Okay. Auf ihn. Ich geht hier brüllen. Ja, Mann. Ich reite wieder auf ihn. Warum reite ich denn auf den? Er ist weg. Er ist tot. Okay. Nee, der liegt noch. Nein, er ist tot. Was? Ich wollte schon sagen, du musst immer warten. Der hätte ich jetzt aber richtig... Boah, wie weit du weggeflogen bist nach da unten. Ich bin in dem Loch. Verfexigt. Alter, jetzt. Nein. Oh. Nein. Ja. Nein, shit. Ich habe meine Enderperle nicht richtig genutzt. Fuck. Oh. Okay, da hingen wir noch eine Runde drauf. Da hängen wir noch eine Runde dran. Es steht 1, 1. Gut. Bis gleich. Gut. Jetzt befinden wir uns auf der Map Stonholt. Einer meiner Lieblingsmaps. Und ich weiß gar nicht, warum. Eigentlich mag ich solche engen Räume nicht. Oh, doch. Ich weiß ganz genau. Da hast du mich erwischt. Ja, Mann. Hast du etwa einen Jetpack? Nee. Jetpack-Rugzack habe ich nicht. Was bringt das? Hä? Ich kann damit nichts machen. Na, egal. Alter. Das ist übertrieben, ne? Vielleicht. Ist er. Nein! Ja, Mann. Richtig sind verschwendet. Scheiße, bin ich kacke, ey. Einmal hast du mich getroffen, aber nicht. Ja, aber peripher, aber übelst peripher. Bin not the pro, weißt du, da kann ich auch nichts für. Na, ich sehe schon. Ich darf nicht verlieren. Riss doch aber. Ja, natürlich. Moment, kreis. Wow. Was? Nein! Lol! Hä? Der Boden. Ich, ich hab, wie behindert. Ich hab dich weggekickt, dadurch hast du den Bogen weggerissen. Hey, hier komm. Nein, nein, nein. Nein, nein! Bist du runtergefallen? Ja. Ich, ich bin vergiftet. Lol. Womit hast du mich denn vergiftet? Ich bin der, äh, gepokeballt. Oh. Boah, ist sich stark, ey. Macht ja richtig viel Damage. Ja, ist okay. Hoffe mich zu mobben. Alter, komm her. Ja, klar, ja, klar. Warum bin ich denn so weit weggeflogen? Ich, ich hab durch das Fenster geschubst. Also ich hab das Gefühl, durch das Fenster schubst, ist immerhin richtig viel, ne? Schau runter. Ja, jetzt schon, oder was? Zwei. Nee, never. Ey. Ja, sicher. Das war ein Huren. Geh weg. Geh weg. What the fuck war das? What the fuck? Wo ist sie's? Wo, wo ist sie's? Oh nein. Er hat ein Schwert. Fuck, Mann. Kommt ja mal irgendwas. Ich will ein Item haben. Ich will irgendein Item haben. Alter, fast Selfkill, oder was? Oh, ja. Ja. Ja, komm schon. Nein. Oh, da war ein Loch. What the fuck? Ja, ich hab ein Pokemon dahin geworfen. Hast du dich gekriegt? Der hinterher ist durch Schaden gestorben, weil der in den Blöcken drin war. Ach, scheiße. Was machen deine Gäste hier? Nein. Oh Gott. Nein, 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 nein. Fuck, fuck, fuck. Fuck. Oh mein Gott. Nein. Tschüss. Nein. 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 Scheiße. Scheiße, ich hab verloren. Ich bin halt der Beste. Was hast du gedacht? Ah, scheiße, Mann. Boah, war das eine spannende Runde. Ich muss sagen, ich freu mich richtig auf das neue Bravel für die Wii U. Ich hab ja zuvor so weit eigentlich noch nie gespielt. Hörstens mal früher Digimon Rumble Arena 2. Das war schön. Kann ich, glaub ich, auch mal irgendwie aufnehmen. Muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie hinkrieg. Naja, gut. Wir sehen uns dann bei der nächsten Runde. Guckt in die Beschreibung. Da ist der Delay. Den kennen wir bestimmt noch gar nicht. Nee, noch nie. Hat noch nie mit dem Uf genommen. Richtig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.